Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem weiteren Minecraft Tutorial. Heute werde ich euch zeigen, wie man eine automatische Blumenfarm bauen kann für die großen Blumen, also für die Blumen, die insgesamt zwei Blöcke groß sind. Und diese Farm hier funktioniert komplett automatisch und produziert sehr schnell diese großen Blumen und ist auch sehr einfach zu bauen. Ich blende euch hier auch einmal die Items ein, die wir für diese Farm brauchen. Ihr werdet sehen, da ist nicht wirklich viel Besonderes dabei. Und die unterste Reihe, das sind nur Baublöcke, die könnt ihr euch frei auswählen. Ihr könnt also stattdessen auch einfach Koppelzummen nutzen oder sowas. Ich habe die nur genommen, weil ich die ein bisschen cooler finde. Und ich würde sagen, wir fangen auch direkt mit dem Tutorial an. Als allererstes bauen wir mal den Mechanismus, der die Items lagern wird und der sie auch einsammelt. Und dafür platzieren wir einfach einmal zwei Doppelkissen nebeneinander. Da landen dann im Endeffekt die Blumen drinne. Und von hinten dagegen platzieren wir jetzt einmal Trichter. Das bedeutet, mit Shift und Rechtsklick hier insgesamt vier Trichter platzieren. Und auf diese Trichter oben drauf kommen dann Schienen. Die platzieren wir auch wieder mit Shift und Rechtsklick. Und auf die Schienen oben drauf kommen dann nochmal Grasblöcke. Ihr könnt stattdessen aber auch Dirt zum Beispiel benutzen. Und danach nehmen wir unsere Baublöcke und gehen auf der Höhe von den Kissen einmal sechs Blöcke nach oben. Das bedeutet, zwei haben wir jetzt schon. Das bedeutet, so hoch sollen die im Endeffekt sein. Wie gesagt, ihr könnt dafür Blöcke benutzen, die ihr möchtet. Ich benutze jetzt nur die hier, weil ich die ganz cool finde. Und so sollte das dann aussehen. Danach gehen wir hier einmal auf die Rückseite und platzieren hier, wo die Schienen sind, jeweils nochmal einen Block dahin. Und machen dann hier einmal eine Reihe mit Blöcken nochmal dahin. So sollte das dann aussehen. Und da unter einer Ebene platzieren wir dann nochmal zwei Reihen von Blöcken, dass das Ganze dann so aussieht. Hier kommt später nämlich das Redstone hin. Und dafür platzieren wir dann hier auch nochmal einen Block. So sollte das Ganze dann aussehen. Auf diese Blöcke hier hinter den Grasblöcken platzieren wir dann nochmal Redstone-Fackeln vier Stück. Und auf die Redstone-Fackeln oben drauf kommen dann nochmal Dispenser, die mit dem Loch hier in Richtung von dem Gras zeigen. Es ist auch übrigens wichtig, dass das hier Dispenser sind. Also die Werfer im Endeffekt und nicht die Dropper. Das ist nämlich ein kleiner Unterschied hier. Weil wir wollen nämlich, dass hier im Endeffekt das Bohnenmeel auch benutzt werden kann. Und das ist eben nur bei Dispensern der Fall. Und was wir dann noch machen ist, wir gehen einmal hinter die Dispenser und platzieren da auch nochmal vier Trichter, die in den Dispenser rein zeigen. Auch wieder mit Shift und Rechtsklick. Und da oben drauf kommen dann nochmal Kisten. Es ist theoretisch egal, ob ihr hier normale Kisten macht oder eben so Doppelkisten. Ich benutze jetzt hier nur normale Kisten, weil da hat eigentlich keinen Grund. Aber ihr könnt eben beides benutzen theoretisch. Als nächstes können wir dann die ganzen Kisten oder Dispenser auch auffüllen. Wie gesagt, theoretisch braucht ihr hier oben keine Kisten. Das ist nur, damit ihr hier ein bisschen mehr Speicher habt. Theoretisch würde es auch reichen, wenn wir den Dispenser hier einmal voll machen. Denn im Endeffekt bekommen wir für jedes Bohnenmeel, was wir hier quasi reintun, auch eine große Blume wieder. Das bedeutet, wenn wir das komplett voll machen hier, dann würden wir jetzt insgesamt neun Stacks große Blumen von diesem einen Dispenser dann auch bekommen. Jetzt können wir einmal die Trichter-Mine-Cards platzieren und zwar kommen die hier unten auf die Schienen drauf. Insgesamt vier Stück, das bedeutet, auf jeden Trichter kommt im Endeffekt auch ein Trichter-Mine-Card. Und das Coole an Trichter-Mine-Cards ist nämlich, dass sie durch Blöcke hindurch Items einsammeln können. Das bedeutet, wenn hier oben jetzt ein Blumen-Item zum Beispiel liegt, dann würde das eingesammelt werden und würde dann hier in der Kiste landen. Und das Problem ist jetzt, wenn wir das jetzt so lassen würden, dann könnte es passieren, dass die Blumen-Blöcke oder die Blumen-Items vielmehr hier daneben fallen. Und wir wollen ja, dass sie hier auf jeden Fall auf den Grasblöcken drauf liegen, denn nur auf den Grasblöcken würden sie jetzt insgesamt eingesammelt werden. Und das bedeutet, wir werden das Ganze hier noch einmal umranden und platzieren hier einmal ein paar Blöcke hin. Und dann auch nochmal auf die Trichter hier oben drauf. Und hier oben machen wir dann einmal so einen kleinen Ring entlang. Wie gesagt, die Blöcke sind total egal, aber ich benutze die jetzt hier, weil sie gut aussehen. Und was wir dann noch machen können, ist zum Beispiel hier oben dann Seelaternen hin. Ist natürlich wichtig, dass es hier dann insgesamt aber noch Platz ist für die Blumen, weil die sind ja zwei Blöcke groß. Die können wir dann auch an der Stelle schon mal platzieren. Ihr müsst natürlich nicht die verschiedenen Blumen alle nehmen. Ihr könnt zum Beispiel auch nur die Rosenbüsche nehmen, wenn ihr zum Beispiel eine Rosenbüsche braucht. Aber in diesem Fall benutzen wir jetzt mal alle vier, weil mit allen vier Blumen würde das hier funktionieren. Und danach platzieren wir hier vor dann auch nochmal Blöcke. Wie gesagt, einfach nur zum Schutz, dass die Items hier nirgendwo anders runterfallen. Und hier bei der untersten Schicht müsst ihr halt darauf achten, dass ihr dann trotzdem noch die Kiste aufmachen könnt. Wenn ihr jetzt nämlich zum Beispiel ganz normale Steine benutzt, dann könnt ihr die Kiste nicht mehr aufmachen. Aber wenn ihr Halbsteine benutzt oder zum Beispiel auch Stufen oder Treppen oder eben Glas, dann könnt ihr die immer noch öffnen. Das letzte, was wir jetzt noch machen müssen, ist der Redstone-Teil und zwar auf der Rückseite. Der ist aber auch nicht besonders schwierig. Und zwar platzieren wir einmal hinter jedem dieser Redstone-Fackeln im Endeffekt einen Repeater. Und diese Repeater müssen alle auf dem zweiten Tick so gesehen sein. Das bedeutet, ihr könnt sie ja hier auf der Standardeinstellung haben, auf dem zweiten, dritten oder auf dem vierten. Und wir wollen sie eben auf dem zweiten. Das bedeutet, wenn ihr sie platziert, müsst ihr nur einmal Rechtsklick drauf machen. Und dann sollten die so aussehen. Und die verbinden wir jetzt hier einmal alle mit Redstone. Und hier hinten platzieren wir dann einmal einen Observer, der mit dem Pfeil in diese Richtung hier schaut. Also in diesen Block hier rein. Und den dahinter machen wir weg. Ihr seht jetzt auch hier das Gesicht. Und dann platzieren wir von der anderen Seite nochmal einen, sodass der eine Pfeil nach links zeigt und der andere nach rechts. Und ihr seht schon, jetzt wird das hier nämlich die ganze Zeit ganz schnell ausgerufen, das Redstone-Signal. Und das wird dann auch ganz schnell hier den Dispenser befeuern. Und dann, wenn wir uns hier mal hinstellen, sehen wir, dass eben ganz schnell hier die Blumen wachsen. Und wir können gleich mal in die Kiste gucken, wie schnell das hier geht. Aber erstmal, ihr könnt das Ganze auch ausschalten, indem ihr einfach einen Schalter hierhin platziert. Einfach damit es weniger laggt, zum Beispiel bei euch. Könnt ihr dann einfach diesen Schalter hier umlegen. Und dann wird die Farm gestoppt. Das wollen wir jetzt aber nicht, sondern wir wollen die mal weiterlaufen lassen. Dann seht ihr nämlich, wie das funktioniert. Jetzt kommt nämlich das Bohnenmehl hier an und wird eben die Blumen im Endeffekt vermehren. Und hier unten drinnen, ihr seht schon, wie schnell man hier eben die Items auch bekommt. Wie gesagt, 1 zu 1, das Knochenmehl wird hier im Endeffekt umgesetzt in große Blumen. Und das war eigentlich schon die ganze Farm. Ich hoffe, sie hat euch soweit gefallen. Wenn ihr bis hierhin geschaut habt, schreibt mal Hashtag 2Blöcke in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns bei einem weiteren Video. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Und ciao.